Als der EuroLeague Kongress 2016 in Hannover gastierte, habe ich mich etwas intensiver beschäftigt mit den über 20 Jahren der Impulse von den Leitungskongressen im Blick auf landeskirchliche Landschaft und habe erstaunliche Entdeckungen gemacht. Ein Highlight war für mich das alte Stichwort Sika-Gottesdienste. Die haben unter dem Label Missionarische Zweitgottesdienste für Distanzierte ganz, ganz viel bewegt in unserer landeskirchlichen Landschaft und entscheidend dazu beigetragen, dass es jetzt so viele bunte und kreative Gottesdienstformen gibt. Qualität ehrt Gott. Am Anfang etwas abständig, heute gibt es Qualitätsentwicklungen in zahlreichen Landeskirchen. Es gibt ein Qualitätszentrum für Gottesdienste. Das Stichwort gemeindenahe Diakonie wird heute ein Zukunftslabel im Blick auf Sozialraumorientierung. Da überall habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, auch Impulse von Willow Creek aufzunehmen. Natürlich dauert Übersetzung etwas länger als ein Flug von Chicago nach Dortmund, aber es lohnt sich wirklich, mal hinzuhören, wirklich zu fragen, was können wir in diesem Bereich auch lernen und uns wirklich als ökumenische Lerngemeinschaft zu begreifen. Willow Creek in Dortmund, ich werde mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.